Hallo, herzlich willkommen zu unserer kleinen Screencast-Reihe über die neuen Features der Ultraschall 3.0 Release. Heute geht es jetzt ans Eingemachte und zwar werden wir jetzt wirklich einmal durch alle neuen Features durchgehen, die nicht die Ehre haben, in einem der gesonderten Screencasts noch besprochen zu werden. Ihr findet das ChangeLog mit allen Neuerungen hier ganz normal im DMG unter ChangeLog HTML oder auch auf der Homepage unter Installation und gehen wir die Liste doch einfach mal durch. Zum ersten Punkt, nämlich Studio Link on Air Streaming, gibt es einen eigenen Screencast, müssen wir jetzt hier also nicht erwähnen, ebenso Update Check, das habe ich in der Folge zur Installation schon erwähnt. Lame MP3 Encoder habe ich in der Folge für den neuen Export erzählt, dass der also automatisch von uns installiert wird, müsst ihr euch also nicht mehr darum kümmern, ebenso, dass wir eine neue Version von Studio Link integriert haben, das ist jetzt die 16.12 und auch den Startscreen habe ich schon gezeigt in der Installationsfolge. Kommen wir jetzt also zu dem ersten, was sich wirklich ein bisschen geändert hat, nämlich das View-Verhalten. Die ersten Punkte davon, diese Persistenzschicht, sieht, dass sich die Software jetzt merkt, in welchem View ich eigentlich Reaper verlassen habe und den dann beim nächsten Start wieder neu startet. Das ist gleich geblieben. Das heißt also, das habe ich auch schon im Setup-Video erzählt. Über das Navigator-Fenster werde ich ein bisschen später was erzählen, wenn es um den Schnitt generell geht und die Lautstärke-Messung in LUFS, wo ich dann also jetzt einzelne Items oder auch ganze Spuren messen kann, wie laut sind die eigentlich wirklich und wie dicht sind die dran an den minus 16 LUFS, die ich so für Podcast eigentlich als Ziel habe in Bezug auf Lautstärke. Das werde ich ausführlicher in dem Dynamics Screencast erzählen. So, jetzt kommt das Erste, wo ich wirklich was zeige, nämlich Theme-FX immer sichtbar im Mixer-Bereich. Wenn wir mal Reaper starten, dann ist es ja eigentlich seit jeher so, ich werde jetzt den Start-Screen mal ausschalten, dass er nicht jedes Mal kommt, dass, wenn ich eine neue Spur anlege, die Oberfläche hier responsiv ist. Das heißt also, wenn ich den Track hier unten verkleinere, den Mixer-Bereich, fallen ein paar Controls weg. Wenn ich ihn größer ziehe, dann kommen die wieder und wenn ich ihn noch größer ziehen würde, das geht jetzt ja gar nicht, weil mein Bildschirm für den Screencast ein bisschen kleiner ist, dann kommen noch mehr Optionen hinzu. Es gibt also drei Stufen, innerhalb von denen man die Sachen hier vergrößern kann. Und da mittlerweile der Effektbereich eine immer wichtige Rolle spielt in Ultraschall, weil beispielsweise darüber Studio-Link läuft, darüber läuft On-Air, darüber läuft der neue Dynamics-Effekt, darüber laufen die EQs, darüber läuft das Soundboard. Das heißt also, wir haben eigentlich alles, was wir irgendwo von der Seite reinprogrammieren in Ultraschall, tun wir mehr oder weniger als VST oder Apple AU-Plugin. Und von daher ist es doch relativ wichtig, dass man einfach gut und schnell Zugriff hat auf die Effekte, die hier liegen. Hier habe ich jetzt beispielsweise den Equalizer und den neuen Dynamics-Effekt. Und damit man hier also nicht ständig die Höhe des Tracks verändern muss, habe ich das jetzt so gebaut, dass auch in der kleinsten Ansicht, das ist also egal, wie klein das hier geschoben ist, ich habe immer den Effektweg zur Auswahl der Effekte sowie zum generellen Ein-Ausschalten der Effekt-Sektion sichtbar. Ich glaube, das ist eine ganz praktische Neuerung. Wellenform. Ausgewählte Items werden in der Helligkeit klarer hervorgehoben, Schnitte innerhalb einer Wellenform werden deutlicher angezeigt. Probieren wir das einfach mal aus. Ich nehme jetzt also ein Stück weit Sound auf. Ihr seht, wie das hier entsprechend reinläuft. Ich kann ein bisschen reinzoomen, damit man ein bisschen genauer sieht, wie sich das hier so anfühlt. So, jetzt ist die Aufnahme durch. Und die Neuerung, die wir jetzt hier im Wesentlichen gemacht haben, ist, dass zum einen, wenn ich jetzt hier einen Schnitt ansetze, sieht man jetzt wirklich sehr deutlich, wo eigentlich hier die Schnittkante ist. Also vorher konnte man das eigentlich nur erahnen. Jetzt haben wir hier die Ecken schön markiert. Das hilft auch gleichzeitig, die Fade-In- und Fade-Out-Punkte zu finden, mit denen ich ja sehr schnell an der Ecke ein Fade herstellen kann. Am Crossfade hat sich auch nichts geändert, womit ich also schnell zwei Elemente crossfaden kann. Und auch, dass ich an der Oberkante von Clips schnell die Lautstärke variieren kann. Mit gleichzeitig gedrückter Shift-Taste kann man es noch lauter machen. Auch das ist leicht geblieben, aber wir sehen jetzt also deutlicher, wo die Clips sich eigentlich unterscheiden. Ferner ist es jetzt klarer hervorgehoben, welcher Clip eigentlich gerade ausgewählt ist. Das bezieht sich dann auch nochmal auf die Ranges. Das heißt also, wenn ich jetzt hier eine Time-Selektion mache, ist das jetzt deutlich klarer zu sehen vom Kontrast her. Und ebenso halt, wenn es ausgewählt ist, plus quasi maximale Helligkeit, wenn beide Zustände gleichzeitig eintreten können. Theme. User Interface. Viele GUI-Elemente erhalten mehr Kontrast für bessere Sichtbarkeit. Das ist eine Sache, die vielleicht auf den allerersten Blick nicht so auffällt, aber ich bin durch fast alle Bereiche durchgegangen und habe die Kontraste erhöht. Beginnt hier oben mit der Zeitleiste, über die Scrollbalken, über hier die Plus-Minus-Schalter, mit denen man die Sache bedienen kann, bis hin zu, wie die Texte irgendwo gesetzt sind. Ist also insgesamt jetzt Ultraschall einen guten Tucken kontrastreicher, sodass, wenn ihr also dann die Lichtstärke runterregelt, das sieht ihr jetzt nicht, dass digital aufgenommen wird hier. Nach meinen Tests kann man jetzt also auch mit nur einem Viertel der Bildschirmhelligkeit trotzdem eigentlich alles sehen, was man so sehen muss. Ich denke, das wird ein bisschen helfen. Theme. Auswahlwerkzeug. Was hat es damit auf sich? Gehen wir mal in irgendein Projekt mal rein, wo wir ein paar Spuren mehr haben und wo wir mal so ein klassisches Schnittprojekt eigentlich haben. Das wäre jetzt beispielsweise dieses hier. Hören wir mal kurz rein. In dem einzelnen Fall wird in Überschriften generell passiert, aber das ist ein erzählerischer Mögliche. Ja, also ganz normaler Drei-Personen-Podcast, den wir jetzt hier haben. Und so eine der üblichen Funktionen, die wir ja in Ultraschall wirklich häufig und bei nahezu jedem Schnitt brauchen, ist, ich will eine ganze Sequenz rausnehmen, weil da ist irgendjemand aufs Klo gegangen und das soll einfach insgesamt raus, weil es überhaupt auf allen drei Spuren nichts Relevantes gesagt wurde. Das Verfahren dazu ist eigentlich seit vielen Releases gleich. Das ist der sogenannte Ripple Cut. Das heißt also, ich mache mal eine Zeitselektion und gehe dann hier auf den Ripple Cut oder neben die entsprechenden Tastatur-Shortcuts kommen wir später noch zu. Der Nachteil, den das Ganze bisher hatte in der Implementierung war, man musste sehr genau treffen die Stelle, an der man überhaupt diese Zeitselektion hier aufziehen kann. Weil wenn ich zu weit oben war, schiebe ich die Timeline durch die Gegend. Wenn ich zu weit unten bin, passiert das Schlimmste, was passieren kann, nämlich, dass ich die Spuren untereinander verschiebe. Das kann ich natürlich beheben, indem ich hier den Ripple Edit einschalte, der also die Spuren dann immer beisammen hält. Trotzdem ist das eigentlich ein Verfahren, was doch ziemlich fehleranfällig ist. Das unten drunter ist auch noch ein Bereich. Ihr seht aber, eigentlich ist es auch noch eine Spur. Das heißt also, irgendwann kommen da vielleicht noch Items dazu. Alles irgendwie ein bisschen uncool. Und von daher haben wir jetzt diesen neuen Button hier eingeführt. Der schaltet das Ganze hin und her, liegt auch auf der Tastatur auf der Rautentaste. Und wenn dieser Modus aktiviert ist, dann könnt ihr überall in den Spuren einfach eine Auswahl aufziehen. Das heißt also, ihr habt jetzt überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, noch die Tracks untereinander zu verschieben. Die bleiben einfach immer konstant. Wenn ihr das wieder ausschaltet, dann ist der Modus wieder so, wie er vorher war. Also ein wirklicher On-Off-Schalter, der auch in seinem State erhalten bleibt. Das heißt also, wenn ihr das nächste Mal Reaper startet, bleibt ihr in diesem Modus. Also ich könnte mir vorstellen, dass für, sagen wir mal, 90 Prozent der Podcast-Schnittprojekte dieser Button eigentlich standardmäßig an sein sollte, weil dass man die Spuren untereinander verschiebt, ist eigentlich eine Sache, die man eher nicht so haben möchte. Hervorhebung. Prepare all Tracks for Editing. Das ist eine der wichtigsten Funktionen überhaupt. Das muss euch wirklich in Fleisch und Blut übergehen, dass nach jeder Aufnahme und vor jedem Schnitt ihr aus dem Podcast-Menü Prepare all Tracks for Editing aufruft. Damit ihr das auch nie vergesst, haben wir jetzt noch ein besonderes Wichtigkeitssternchen davor gesetzt. Außerdem, wenn ihr es anwählt, bekommt ihr hier eine Information, was eigentlich alles passiert. Da seht ihr schon, das ist also eine ganze Menge, was dann im Hintergrund gewerkelt wird. Ihr könnt eigentlich das, euer Projekt nicht vernünftig mixen und schneiden, wenn ihr nicht vorher und vor dem Schnitt diesen Punkt ausgeführt habt. Das liegt daran, im Kern ist eben Reaper immer noch nur Musiksoftware. Wir nehmen es für Podcasting und drehen im Hintergrund relativ viel, was gerade Routing-Effekte angeht, über Studio Link und ähnliches. Da drehen wir an relativ vielen Schrauben und damit ihr das alles nicht nach der Aufnahme händisch wieder zurückdrehen müsst, haben wir das halt in eine einzige Aktion verpackt, um euch das hier so ein bisschen gemütlicher zu machen. Aber ihr müsst euch wirklich antrainieren, das hier auszuwählen. Ich würde sagen, so 50% der Support-Anfragen, die ich bekomme, lassen sich eigentlich mit einem Hast du denn auch Prepare All Tracks for Editing ausgelöst gemacht? Es wird immer mal wieder diskutiert, ob es nicht sinnvoll wäre, das beispielsweise hier mit den Views zu koppeln. Das heißt also, wenn ich jetzt hier in den Schnitt-View gehe, ob das dann nicht prima wäre, wenn ich dann automatisch das im Hintergrund abspiele. Ja, das klingt erstmal wie eine ganz gute Idee. Ich glaube, im Detail ist es dann aber doch keine, weil ich möchte eigentlich schon hier in den Views beliebig hin- und herschalten können, ohne dass ich beispielsweise mir Gedanken machen muss, kann ich die Aufnahme jetzt nochmal starten oder nicht. Also ich finde, es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe und die sollte man auch getrennt halten. Was wir, wo wir jetzt hier aber in dem Schnitt-Modus sind, schon mal uns noch angucken können, weil wir es eben ein bisschen aufgespart haben, ist eine weitere Änderung, nämlich dass wir jetzt hier im Schnitt-View oben den Navigator haben. Ich starte mal ein Projekt, wo das ein bisschen offensichtlicher ist, was da eigentlich passiert. Nehmen wir mal den hier. Hier seht ihr übrigens jetzt eine weitere Eigenart der 3.0, nämlich dass, wenn ihr in einem Projekt seid und über File Open ein zweites Projekt öffnet, dann habt ihr hier oben verschiedene Tabs, in denen die verschiedenen Projekte liegen und ihr könnt jetzt beispielsweise auch Soundfiles von einem Tab in einem nächsten reinschieben und ähnliches. Das Falten könnt ihr auch wieder abschalten, aber standardmäßig ist es jetzt erstmal aktiviert. Okay, was ich zeigen wollte, ist hier oben jetzt der Navigator. Der lag vorher unten links und war da irgendwie etwas unpraktisch. Ich finde so insgesamt von der Logik her macht das oben einfach sehr viel mehr Sinn. Der Navigator zeigt immer euer gesamtes Projekt. Das heißt also, egal wie weit ihr hier reingezoomt seid, der Navigator oben bleibt immer gleich. Und ihr seht hier mit der orangenen Auswahl, wo eigentlich gerade im Projekt ihr seid. Ich schiebe hier mit einem Doppelklick das mal weg, damit man hier wirklich so reines Editing-Feeling hat. Ja, so kann man jetzt also zum einen den Zoom-Level-Variabel halten und hat trotzdem quasi immer Überblick, wo befinde ich mich. Was dieser View hier aber auch noch liefert ist, dass man damit auch selektieren kann. Das heißt also, wenn ihr mit der rechten Maus oder mit, wenn ihr ein Touchpad habt, Control-Klick hier drauf geht, dann könnt ihr beispielsweise auch sagen, ich möchte jetzt nur diese eine Spur hier sehen. Ja, seht ihr das? Ich markiere jetzt also nur diese Höhe hier. Und ihr könnt auch sagen, ich möchte jetzt mir hier diesen Anfang angucken und möchte da die ersten drei Spuren haben. Dann markiert ihr das und habt jetzt hier unten wirklich genau diese drei Spuren am Anfang. Das ansonsten mit so durch die Gegend zoomen und Größe anpassen hier vorne herzustellen, ist relativ knifflig. Das heißt also, gerade wenn man sich nur irgendeine Sequenz angucken will, beispielsweise möchte ich jetzt hier den Übergang haben, den aber über alle vier Spuren. Ja, dann ziehe ich also meine Auswahl entsprechend so. Hier interessieren mich vielleicht nur diese drei Spuren, wie sie sich zueinander verhalten. Das ist, wenn man da mal ein bisschen sich drauf trainiert hat, eine ziemlich nützliche Geschichte, weil halt einfach dynamisch die Höhe der Spuren anpasst an das, was ihr oben im Navigator einschaltet. Und man hat halt wirklich ein bisschen mehr Übersicht, als man das ansonsten hat. Ansonsten wichtige Funktion mit Alt-Minus. Zoomt hier unten immer wieder auf euer ganzes Projekt raus. Das ist auch hilfreich bei diesem ewigen Reaper-Bug, den ich schon zigmal bei denen im Forum angemahnt habe. Wenn ihr zu weit rauszoomt, dann hat man relativ häufig das hier. Gewöhnt euch auch einfach dran. Dann Alt-Minus drücken und ihr seid quasi wieder im normal sicheren Bereich. Das hat man auch irgendwann in Fleisch und Blut. Wir können es leider nicht ändern. Sorry. So. Im Podcast-Menü haben wir diverse Einträge anders gebaut. Das könnt ihr euch einfach mal in Ruhe angucken. Ich habe das ein bisschen logischer alles strukturiert. Ein paar Punkte sind auch ganz neu hinzugekommen. Zu denen kommen wir gleich aber auch noch im Einzelnen. Der Grundaufbau, dass wir hier versuchen einen Workflow abzubilden. Das heißt also erst Setup, dann Recording, dann Production und die jeweiligen Funktionen dann also hier drunter subsumieren. Daran hat sich nichts geändert. Also gewissermaßen kann man, um gerade so in Ultraschall Reaper reinzukommen, einfach das Podcast-Menü von oben nach unten durchwandern und die Sachen anklicken. Dann hat man am Ende einen fertig produzierten Podcast. Volume Editing. Das ist eine schicke Sache, die zwar eigentlich schon immer eingebaut war in Reaper, aber die ich noch nie so intensiv. gezeigt habe. Und das gucken wir uns jetzt mal an, was es denn damit eigentlich auf sich hat. Dazu wende ich mal einfach das an, was ich gerade eben hier schon gezeigt habe. Nämlich, ich möchte mir jetzt nur das Intro mal angucken. Und zwar dieser beiden Spuren hier, wie sie sich zueinander verhalten. Hören wir einfach mal rein, wie das jetzt zumindest so klingt. Sehr schön. Wir haben hier also zum einen ein Auto im Hintergrund und zum anderen oben drüber eine Musikspur. Und das, was wir jetzt neu integriert haben, ist, dass wir, ich mach das mal hier mit rein, damit ihr nicht irgendwie völlig verwirrt seid. Also hier mit einem Doppelklick auf den Bereich kann man das immer ein- und ausfahren, je nachdem, ob man die Controls hier eigentlich gerade braucht oder nicht. Alle Funktionen hier lassen sich auch über Tastatur-Shortcuts aufrufen. Das zeige ich ein bisschen später. So, was ich jetzt aber zeigen will, ist Folgendes. Ihr könnt jetzt eine Spur markieren und dann Alt-V drücken und bekommt jetzt einen sogenannten Volume Envelope. Und der tut also magische Dinge. Und zwar könnt ihr jetzt also irgendwo hier hinklicken und könnt jetzt eine Lautstärke Verlaufskurve reinmalen. Und zwar wirklich total entspannt, indem ihr einfach einzelne Punkte dort hinsetzt, wo ihr sie haben möchtet. Und von da aus wird dann der ganze Envelope, so nennt man das, weitergemacht. Und das Schickern der Geschichte ist, ihr seht es hier schon, oben in der Wellenform kriegt man in Echtzeit angezeigt, wie die Auswirkung auf den Klang ist. Ich hab jetzt also hier mal so eine Form modelliert und das kann man sich jetzt also auch anhören. Ich hab also ein Fade-In. Ja, das Prinzip ist glaube ich klar. Ihr könnt jeden der Punkte wieder angreifen und einzeln verschieben. Das ist also wirklich ziemlich robust. Wenn ihr neun Punkte dazwischen haben wollt, klickt ihr wieder einfach hin. Könnt ihr auch einfach wieder entfernen. Ihr könnt mit der rechten Maustaste auch mehrere Punkte gleichzeitig markieren und die dann beispielsweise in der Summe verschieben. Damit bekommt man also sehr, sehr schnell sehr, sehr einfache Lautstärke-Anpassungen hin. Und ihr könnt das über den Button hier oben dann auch jederzeit ein- und ausblenden, das Ganze. Das heißt also, der verhält sich jetzt eigentlich genauso wie ein Mute Envelope, der ja hier unten drunter ist. Und dem hat sich in der Funktion nichts geändert. Das heißt also, da könnt ihr nach wie vor jetzt hier diesen Bereich dann ganz muten. Das ist also genauso wie vorher auch. Mit einer Einschränkung, nämlich die Art und Weise, wie ich hier in dem Mute Envelope male, hat sich auch geändert und ist jetzt angepasst an das Verhalten oben. Das heißt also, auch in dem Mute Envelope ist es nicht mehr so, dass ihr einen Freihandmal-Modus habt, sondern ihr könnt jetzt beispielsweise, um so eine Sequenz hier zu muten, sagt ihr, hier ist der Anfang des Mutes. Da ist das Ende. Habt ganz entspannt einfach zwei Punkte gesetzt, könnt die noch beliebig feintunen. Ich glaube, das ist auch für die Mute-Funktion nochmal eine schöne Verbesserung. Wenn ihr doch den alten Modus so lieb gewonnen habt, dass ihr sagt, nee, ich mochte gerade eigentlich dieses schnell irgendwo ein Mute reinmalen können, könnt ihr mit einem Druck auf die Command-Taste den auch wieder herstellen. Das heißt also, da habt ihr nach wie vor noch diesen alten Freihandmal-Modus. Da könnt ihr euch jetzt also entscheiden, welcher davon euch lieber ist. Es gibt bei diesem Volume-Modus hier Alt-V, mit dem ihr das auswählen könnt auf beliebigen Tracks, noch eine weitere Spezerei, nämlich diesen Schieberegler hier, mit dem ihr den gesamten Track lauter und leiser machen könnt. Auf den werde ich jetzt nicht eingehen, der wird nämlich wichtig in unserer Folge über Ultraschall Dynamics. Wichtig ist abschließend noch zu sehen, zu wissen, an welcher Stelle innerhalb des Signalflusses setzen denn diese Lautstärkeanpassungen hier eigentlich auf. Und da ist es so, dass das Pre-Fader ist und Pre-FX. Das heißt, ihr tut eigentlich mit dieser Anpassung so, als hättet ihr den Podcast dann in dieser Lautstärke wirklich aufgenommen. Das heißt also, kein anderer Effekt, kein, was ich hier wie an den Schieberegler drehe oder so etwas, hat darauf Einfluss, sondern ihr simuliert mit diesem Pre-Fader und Pre-FX Volume Envelope so, als ob ihr anders aufgenommen hättet. Das scheint jetzt erstmal ein bisschen haarspalterisch zu sein, wird aber sehr, sehr wichtig sein in der Dynamics-Folge. Von daher könnt ihr das schon mal im Hinterkopf behalten. Ansonsten bleibt euch natürlich aber auch immer die Möglichkeit, gerade einen schnellen Fade-In und Fade-Out zu machen. Das heißt, wenn es wirklich nur darum geht, schnell irgendwo einen weichen Einstieg zu haben, ist der Weg hier in die Ecke zu gehen und dann einen rein-raus-Fade zu machen, nach wie vor natürlich das schnellere Mittel. Ja, also dafür würde ich jetzt nicht großen Volume Envelope hochziehen, das ist dann eher was für wirklich komplexer gebaute Beiträge. So, das einfachere Envelope-Handling habe ich gerade eben erzählt. Ja, es hat jetzt gefühlt viel mehr Stabilität, dieser ganze Modus in der Mute-Spur und in dem Volume Envelope. Editing, verbessertes Verhalten der Escape-Taste. Ja, wie schreiben wir hier so schön? Wir glauben an die Zukunft und die Notwendigkeit der Escape-Taste. Genau deshalb haben wir sie wichtig gemacht und haben ihr viele schöne neue Features mitgegeben, nämlich sie löst jetzt wirklich alles an Auswahl auf, was irgendwo rumlungert. Das war vorher nicht der Fall. Das heißt also, ich mache jetzt mal ein paar Auswahlen auf Items und ich habe eine Zeitauswahl und ich habe hier eine Track-Auswahl. Ja, und wenn ich jetzt Escape drücke, dann ist wirklich alles weg und zwar sofort. Das heißt also, Escape ist jetzt wirklich die rundum-sorglos-Lösung für, okay, ich habe gar keine Ahnung, was ich vielleicht irgendwo gerade selektiert habe. Ich möchte einfach mal alles weg haben. Dann schafft ihr das genau damit. Das heißt also, Escape löst immer alles auf. Das ist eine der praktischsten 0-3-3-Features überhaupt, habe ich in den letzten Tagen gemerkt. Das lebe die Escape-Taste, möge sie ewig leben. Editing, Vorhören von Schnitten. Diejenigen von euch, die meine letzte Folge über die Hardware-MIDI-Interfaces gehört haben, können vielleicht bestätigen, dass das ein absolutes Killer-Feature ist, was wir da gebastelt haben. Ich suche mir mal wieder einen Podcast, in dem wir das so einigermaßen zeigen können. Nehmen wir mal den hier. Drei-Personen-Podcast und dort haben wir jetzt genau das Szenario, was wir gerade eben diskutiert hatten. Ich möchte jetzt einfach eine ganze Sequenz irgendwo rausschneiden. Und zwar, sagen wir mal so diesen Bereich hier. Irgendwo sieht es auch so aus. Sieht nicht so richtig aus, als hätte irgendjemand mal seinen Schnabel gehalten. Sagen wir mal lieber so in etwa diesen Bereich hier. Da sieht es ungefähr so aus, als hätte man ungefähr einen Anfang und einen Ende. So, was man jetzt normalerweise machen würde, ist, dass man jetzt hier so die Selektion irgendwie optimiert. So, und das da hin und das dann irgendwie so da hin. Und dann mache ich einen Ripple-Cut und dann höre ich mir an, so, wie war denn das jetzt? Ich mache jetzt mal schauen, so, jetzt legen wir mal was auf den Tisch und liefern mal. So, der Schnitt war jetzt ehrlich gesagt schon ziemlich gut. Egal. Und was ich jetzt da gemacht habe, das habt ihr vielleicht gesehen, ist dann ein Undo, wenn ich nochmal korrigieren möchte. Das ist Vorsinnflutlicht, das machen wir jetzt anders, indem wir, nachdem wir eine Zeitselektion gemacht haben, am besten in unserem schönen neuen Modus, uns den vorhören können, ohne dass schon ein Schnitt gemacht wird. Und dazu drückt ihr jetzt einfach die P-Taste und dann passiert folgendes. So, das heißt, das, was jetzt hier passiert ist, ist, dass er zwei Sekunden vor den Inpoint springt, bis zum Inpoint ganz normal abspielt, die ganze Time-Selektion überspringt und nahtlos dahinter weiterspielt. Schauen wir mal was auf den Tisch und liefern mal. Ja, und mit Druck auf P kann ich das also beliebig häufig machen. So, und das Zweite, was wir jetzt haben, ich hatte das bei den Hardware-Interfaces dann so schön mit MIDI-Controllern gemacht, ist, dass wir den Inpoint und den Outpoint jetzt über die Tastatur feintunen können, und zwar über die Tasten links unten. Ja, guckt euch das hinterher auf dem Keyboard an, da sehen wir nämlich schon so, der eigentlich bessere Punkt wäre wahrscheinlich der hier. So, und beim Outpoint muss man eben gucken, irgendwo hatte ich auch einen Shortcut, springt zum Outpoint. Das kann man auch links und rechts das entsprechend machen. Und wenn ich gleichzeitig das Ganze abspiele... Aber was auf den Tisch und liefern mal. Ja, dann mal. Kann ich sehr, sehr schön einen Schnitt vorhören, und wenn er mir dann gefällt, dann mache ich erst den eigentlichen Schnitt und bin fertig. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Feature. Dann haben wir quasi einen Zwischenschritt, den ich dafür brauchte, Playcursor auf Anfang von Zeitauswahlen setzen. Das war eine Sache, die mir selber gar nicht bewusst war, dass das bisher nie so eingestellt war. Wenn ich irgendwo eine Zeitauswahl treffe, wird jetzt der Playcursor, ihr seht das schon, an den Anfang der Zeitauswahl gesetzt, sodass ich, wenn ich loslasse und dann beispielsweise Space drücke... ...jemand hat, aber wäre ja auch mal ein Ansatz. ...er dann direkt dort loslegt. Auch praktisch. Erweiterter Ripple Cut mit dem Shortcut Command X wird ein Ripple Cut über alle Spuren auch dann durchgeführt, wenn nur ein einzelnes Item ausgewählt wird. Schnittbereich ist ein Start- und Endpunkt dieses Items. Das ist ein Feature, was ich Tim gewünscht hatte, der also relativ häufig wohl so etwas hier schneidet. Er weiß, das hier ist jetzt irgendwie so das Item, an dem er irgendwo was eigentlich feingetunt hat. Und er hat jetzt gar keine Lust, mit den normalen Kommandos hier an den Anfang und Ende vom Schnitt zu gehen und dann den Schnitt durch alle Spuren durchzuführen, sondern er möchte einfach nur sagen, so, schneide jetzt mal die Länge dieses Items über sämtliche Spuren. Genau das haben wir jetzt umgesetzt mit Command X, macht er genau dieses, ja. Also ihr seht, ohne dass ich jetzt eine Selektion habe, ich markiere einfach das Item, was quasi so als Schnittgrundlage dient, mache einmal Command X und ich habe einen Ripple Cut über alle Spuren entsprechend gemacht. Neues Layout für Tastatur-Shortcuts. Das hatte ich im Sendegate schon mal gespoilert. Ich habe relativ lange darüber nachgegrübelt, wie man die Tastaturbelegung effizienter gestalten kann und insgesamt irgendwie etwas prominenter, weil man mit der Tastatur einfach viel schneller schneiden kann, als das meistens mit der Maus der Fall ist und ihr findet jetzt im Podcast-Menü hier unten den Punkt Ultraschall-Keymap-URL. Wenn ihr den aufruft, dann wird ein PDF gestartet, wo die wirklich relevantesten Tastatur-Shortcuts alle drauf sind. Also beispielsweise, was wir eben gesehen haben, hier Preview of Ripple Cut, das P, das haben wir gerade eben ausprobiert, das hier unten links, das sind diese Nudge-Geschichten, die ich gerade eben hatte, um den In-Point und den Out-Point zu versetzen. Wir haben auf den Tasten 1 bis 8 die Schnellauswahl der verschiedenen Tracks, das Ein-Ausschalten, 9 selektiert alle Tracks, 0 deselektiert alle Tracks. All das, was man sich ansonsten immer so schwer merken kann, ist jetzt hier mal auf dieser Schablone vereint und zwar auch jeweils optisch hervorgehoben, ob es noch einen Modifikator dazu gibt. Das heißt also, das hier sind Shift-Kommandos, also Shift-R oder Alt-R. Ihr seht das auch mit der Farblogik hier entsprechend zugeordnet oder Command. Und wenn es in der GUI dazu auch ein korrespondierendes Icon gibt, ein Button gibt, dann ist der auch mit drauf gemalt. Also ihr seht also beispielsweise jetzt hier Zoom-Out, Alt-Minus, was ich hier die ganze Zeit schon immer nutze. Das hat auch dieses Icon, sodass ihr euch also auch hier entsprechend wiederfindet, was die entsprechende Funktion in der GUI ausliefert. Damit ihr damit auch wirklich was anfangen könnt, haben wir hier in dem Add-ons-Verzeichnis von eurem Installationspaket jetzt nicht nur das PDF liegen, dass ihr euch jetzt beispielsweise irgendwie ausdrucken und laminieren und neben den Rechner legen könnt, sondern ich habe euch auch die PowerPoint-Vorlage reingelegt, mit der ich das gemacht habe. Ich finde ja, PowerPoint ist ein ganz leidliches Vektormalprogramm. Und da es wahrscheinlich doch die meisten von euch haben, fand ich das jetzt also naheliegender als... Oh weh, oh weh, oh weh. Gut, da wird jetzt wahrscheinlich erstmal nichts starten. Ich haue uns ein bisschen schneller in Sicht. Ja, so in etwa. Glaubt ihr mir jetzt einfach mal. Habe ich jetzt hier auf dem Rechner nicht vernünftig installiert. Dort könnt ihr selber dann, wenn ihr Änderungen gemacht habt in der Tastatur, die sehr einfach selber reinmodellieren und euch wieder ein PDF exportieren und habt dann also wirklich ein hochgradig individualisiertes Tastatur-Shortcut-Dingsi, mit dem ihr dann effizient arbeiten könnt. Also schaut hier in den Add-ons-Ordner rein, da findet ihr die beiden Dateien. Übrigens noch eine Sache, wo wir gerade dabei sind in diesem Ordner hier. Ihr findet hier auch noch einen Mikro-Banner und einen Web-Banner. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die mit einem Link auf unsere Projekt-Homepage, also Ultraschall.fm, bei euch irgendwo auf der Podcast-Weiß nicht, Impressum-Seite, Startseite, wie auch immer, hinterlassen würdet, damit die Leute sehen, wenn ihr einen Podcast mit Ultraschall produziert. So ein bisschen PR fände ich da ganz nett, wo das doch schon alles umsonst ist, was wir hier machen. So, das war Tastatur-Shortcuts. Ultraschall-Dynamics gibt es eine eigene Folge zu. Mastering-Effekt-Vorgaben bei neuen Spuren. Das ist eine Sache, da habe ich ein bisschen drüber gegrübelt. Ich glaube aber, dass es hilfreich ist, um euch wieder Klicks zu sparen und gerade neu einsteigern, das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Und zwar, wenn ich jetzt eine neue Spur anlege hier unten drunter. Erstmal den Routing-Rückkanal wegmachen. So, dann seht ihr, dass diese neue Spur hier schon mit einer aktivierten Effekt-Sektion daherkommt. Wenn ich die mal aufrufe, dann seht ihr, dass jetzt hier zwei Effekte hinterlegt sind, nämlich einen EQ und der neue Ultraschall-General-Dynamics-Effekt. Die sind aber, keine Furcht, beide nicht aktiviert. Das heißt, sie sind schon mal vorgeladen als die Effekte, die man in Zukunft vielleicht so mehr oder weniger immer in seinen Produktionen drin haben möchte. Aber es ist insofern jetzt nicht übergriffig, als dass ihr die volle Kontrolle darüber habt und die auch einfach loswerden könnt. Ihr könnt die natürlich auch einfach wieder entfernen. Ja, kein Problem. Aber, ups, erstmal wieder. Ja, braucht jetzt also nur einmal hier klicken und schon ist jetzt der EQ-Effekt aktiv und genauso der Dynamics. Die könnt ihr natürlich auch in Serie schalten. Warum da die Reihenfolge wichtig ist, kommt in der Dynamics-Folge. Ja, also das ist, glaube ich, vorher muss man halt immer dann noch auf Add gehen, so dass dann das ganze Effekt-Teil und muss dann erstmal in den Favoriten-Ordner gucken und muss dann gucken, wo ist jetzt mein Effekt. Das fand ich irgendwann ein bisschen boring und von daher denke ich, dass hier so diese Kompromisslösungen, die Effekte sind installiert, aber ihr müsst sie willentlich nochmal aktivieren. Und dann ist, glaube ich, da eine ganz gute Convenience-Funktion, die wir da drin haben. Für den EQ ist es so, dass ich ein neues Preset wieder mitliefer, Ultraschall 3 und oder HMC-660, das ist der EQ, den ihr hier seht. Und das ist eine Geschichte, die so nach meinem Test ganz gut funktioniert, als Startbasis sowohl fürs HMC-660 als auch fürs Beyer Dynamics DT-297, die sich ja wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich anhören. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so in Sachen EQ-Mixing sind ein paar Sachen noch immer so ein bisschen so modenabhängig. Mit der Ultraschall 2er-Version sah der Effekt so aus, da hatten wir hier noch einen stärkeren Bass-Boost drin. Ich finde in letzter Zeit, dass viele Podcasts ein bisschen zu basslastig sind, von daher habe ich den also jetzt hier ein bisschen runtergenommen. Das ist, wie ihr seht ja schon, der einzige Unterschied zwischen dem 2er-EQ und dem 3er-EQ. Der Rest ist gleich geblieben. Ich finde mittlerweile, dass die Höhenanhebung hier auch schon wieder fast ein bisschen too much ist, weil das manchmal dann ein bisschen eine Schärfe reinbringt, gerade in Kombination mit dem Dynamics-Effekt. Also bitte nehmt es ernst, wenn ich sage, das ist wirklich nur ein Startpunkt und man sollte ohnehin für jeden Sprecher und jede Stimme das ein bisschen feintunen und sich dann den jeweiligen EQ nochmal als Preset abspeichern, sodass er dann hier auch in der Auswahlliste auftaucht und ihr wirklich so für jeden Sprecher und jede Sprecherin dann noch wirklich einen handgeklöppelten EQ habt. So denn, auch das finde ich wert zu erwähnen, ihr überhaupt einen EQ braucht. Also ich würde eigentlich auch sagen, AMC 660 und DT 297, eigentlich klingen die so gut auf the box, dass ich eigentlich nur in Ausnahmefällen überhaupt eine EQ darauf brauche. So. Exportassistent, also ein neues EQ-Preset habe ich gerade eben gezeigt. Exportassistent gibt es eine eigene Folge zu. Rauschfilter ist Teil der Dynamics-Folge. Mastering, Bugfix, Projektordner öffnen. Nur ein kleines Detail, was mich aber immer genervt hat. Wenn ihr hier geht auf Öffne den Projektordner, hat er nie den Projektordner geöffnet, sondern er ist immer in den Recordings-Ordner reingefallen, wo ich aber beispielsweise die ganzen Metadaten nicht habe zu Kapitelmarken und ähnliches. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, sondern er startet jetzt wirklich den eigentlichen Ordner. Wenn ihr von dort aus wieder rein wollt zu euren Soundfiles, müsst ihr halt einfach nur jetzt dann hier auf Recordings gehen, aber ansonsten seid ihr jetzt wirklich in dem Ordner, der euch da auch versprochen wurde. Das ist also gewissermaßen ein Bugfix, den wir da haben. So, eine der schönsten Dinge, wie ich finde, zum Schluss. Wir kommen in die Kategorie Feenstaub. Und zwar habe ich mich mal etwas intensiver mit dem System oder mit der Fragestellung von Farben beschäftigt und habe da mal ein bisschen was gebastelt. Wir haben jetzt hier also ein Projekt mit unfassbar vielen Spuren und möchten, dass wir das etwas schöner haben. Ihr ruft jetzt also einfach den neuen Color Picker auf. Und wenn ihr überhaupt nichts vorher ausgewählt habt, das heißt also, es ist jetzt weder irgendeine Spur ausgewählt, noch irgendein Item ausgewählt, und ihr geht jetzt auf irgendeines dieser Farbfelder, dann passiert Folgendes, dass nämlich sämtliche Tracks entsprechend eingefärbt werden. Ja, das heißt also, ihr könnt jetzt also hier auswählen und, ja, habt das entsprechend. Das ist aber natürlich jetzt noch nicht alles, sondern ihr könnt beispielsweise auch hingehen und hier einen schönen, sanften Regenbogenverlauf reingeben. Und dabei ist die Spielregel nochmal folgende, dass wenn er als Startfarbe für den Regenbogen immer das nimmt, was die oberste ausgewählte Spur an Farbe hat, das ist in dem Fall jetzt hier das Blau, das heißt also, er startet jetzt hier und entsprechend ist jetzt auch der Regenbogen so eingefächert. Wenn ich möchte, dass der Regenbogen mit Orange startet, gebe ich einfach erstmal sämtlichen Spuren in Orange mit und gehe dann auf den Regenbogen, dann fächert er von da aus weiter. Cool, oder? Was ich auch machen kann, ich habe jetzt ja quasi immer sämtliche Spuren belegt, dass ich sagen kann, hm, ich möchte das Ganze jetzt mal in verschiedenen Sektionen machen. Das heißt also, ich nehme jetzt mal so die ersten fünf Spuren, die sollen einen leichten Verlauf bekommen von Blau bis Grün, dann habe ich jetzt also nur die und jetzt selektiere ich irgendwie die nächsten fünf Spuren, weil da sind irgendwie Sachen drin, die was mit Soundfall zu tun haben und keine Stimme und die sollen jetzt mit Orange starten, ja, dann gebe ich denen das entsprechend so mit. So kann man also auch verschiedene Blöcke von Spuren zueinander ein bisschen abgrenzen, ohne aber, dass die wirklich, ja, völlig nicht unterscheidbar sind. Also ich kann die natürlich jetzt denen auch alle dieselbe Farbe geben, aber so ein ganz leichter Verlauf bringt dann meistens doch nochmal ein bisschen mehr Distinktion rein, sodass man also jetzt wirklich verschiedene Sequenzen in seinem Projekt voneinander abgrenzen kann. Eine weitere Funktion, die wir haben, dafür wechsle ich mal das Projekt mit etwas weniger Spuren. Nehmen wir uns mal wieder den raus. Das ist eine Quick-Funktion, wenn ich überhaupt nicht nachdenken möchte, nehme ich den unteren Schalter hier. Was macht der? Der obere hier, das zeigt es auch an, hat immer so einen weichen Verlauf, das heißt also, er geht immer hier den Regenbogen entlang und nimmt jeweils für die nächste Spur die nächsten Farbwert. Das hier unten funktioniert anders. Dort guckt er, wie viele Spuren habe ich insgesamt eigentlich in meinem Projekt oder wie viele Spuren habe ich ausgewählt und verteilt die dann möglichst breit gespreizt über den Regenbogen, sodass man also, egal wie viele Spuren man hat, man quasi immer, man also immer vernünftig die Sachen ausgenutzt hat. Also ich habe jetzt nochmal zwei Spuren hinzugefügt und markiere nochmal alle und mache jetzt nochmal die Spreizung. Dann sieht man, es ist jetzt also etwas weniger groß die Intervalle, als es vorher war. Der Unterschied ist also relativ groß. Wenn ich hier drauf gehe, habe ich immer einen sehr weichen Verlauf mit kaum Distinktion zwischen den Spuren, wohingegen der hier relativ starke Kontraste macht, aber auch immer noch der grundlegenden Regenbogenlogik folgt. Auch hier natürlich immer wieder die Möglichkeit, entsprechend zurückzugehen. So, eine letzte Funktion haben wir noch, nämlich, dass ich nicht nur Spuren einfärben kann, sondern auch einzelne Items. Das heißt also, wenn ich einen wirklich kompliziert gebauten Beitrag habe, möchte ich vielleicht diese beiden hier noch besonders hervorheben. Nichts leichter als das, markiert die einfach. Das wäre jetzt insofern doof, als dass jetzt hier auch die Spuren markiert hatte. Das heißt also, ihr müsst dann darauf achten, dass ihr nicht gleichzeitig Tricks markiert habt. Ansonsten kommt die Rechne immer alles gut, Logik etwas durcheinander. Das heißt also, drückt einfach vorher die rettende Escape-Taste. So, jetzt habe ich diese drei markiert. ruf den Collar-Packer auf und jetzt kann ich auch nur diese Items hier entsprechend einfärben. Kann den natürlich jetzt auch wieder noch unterschiedliche geben. You get the idea. So kann man also schöne, bunte Projekte machen. Was an der Stelle noch wichtig ist zu wissen, ist, dass diese anderen Items hier haben jetzt keine eigene Farbe, sondern erben die vom Track, wohingegen jetzt die, denen ich was zugewiesen habe, diese Farbe quasi dominieren, die Track-Farbe dahinter. Das heißt also, wenn ich jetzt bei dieser Spur hier die Track-Farbe ändere, ändert sich alles, bis auf das Itemstück, was ich dem schon mal zugewiesen habe. Das würde ich sagen, ist ein gewünschtes Verhalten. Ja, genau das möchte ich eigentlich an der Stelle. Wenn ihr auch dieses Item wieder zurücksetzen möchtet auf die Track-Farbe, macht einfach Kontext-Klick, Reset to Track-Color, dann habt ihr auch das Element wieder drin und ihr könnt es wieder im Kontext der ganzen Spur entsprechend verwenden. Ja, ich muss sagen, Steve, wenn du noch leben würdest, ich hoffe, du wärst stolz, auf mich, ich glaube, das ist das Coolste, was ich bisher überhaupt in meinem Leben programmiert habe, diese Farblogik hier. Wenn ich eine andere Art von Mensch wäre, würde ich mir das jetzt, glaube ich, patentieren lassen. Ich finde dieses Regenbogen-Adaptionsmodell einigermaßen großartig, um immer etwas selbstlos auszubrechen. Ich hoffe, es gefällt euch ähnlich und ihr kriegt etwas Farbe in eure Podcasts rein. Das ist der Color Picker. Den verlasst ihr übrigens immer wieder mit Escape. Ha, super Taste. Actions, Import von Kapitelmarken aus WAV-Dateien. Das hatte ich auch schon mal im Sende-Gate geschrieben. Wenn ihr mit einem H4, Zoom H4 oder Zoom H6 einen Podcast produziert und dort WAV-Files aufnehmt, habt ihr die Möglichkeit, an eurer Hardware Kapitelmarken schon in das WAV reinrendern zu lassen. Bugfix für Unlaute und Bugfix vom Soundboard. Das sind einfach nur zwei kleine Korrekturen, die wir da gemacht haben von Bugs. Ja, das sind die Features der 3.0 bis auf die ganzen Features, die halt noch in den anderen Screencards erläutert werden. Ist eine ganze Menge. Spielt mal ein bisschen damit rum. Wir haben versucht, die Sachen doch immer so einfach und so intuitiv wie möglich zu halten. Ich hoffe, dass es uns ein bisschen gelungen und ich hoffe, ihr könnt jetzt noch schneller eure Podcasts produzieren. Schaut euch wirklich vor allen Dingen hier die Sachen an, die wir im Bereich der Tastatur gemacht haben. Das dürfte euren Workflow, glaube ich, doch tüchtig beschleunigen. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß.